Ich bin Spezialist für die Neukundenerquise in der IT-Welt, in der IT-Branche. Bis zum Dank. Ciao. Rückspulen, rausschneiden, alles klar. Tschüss. Marke ist das, was andere über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. Zitat Jeff Bezos, Gründer und Besitzer von Amazon.com. Die vielleicht mächtigste Online-Firma, die diese Welt bis dato heute, 2019, je gesehen hat. Und da steckt eine ganze Menge drinnen. Denn überlege mal, wie reden andere Leute über dich, wenn du nicht im Raum bist. Wenn du dich sozusagen, denn jede Person ist auch gleichzeitig eine Marke. Sei es, ob ich irgendwo angestellt bin, ein Unternehmer bin, ein Geschäftsführer, ein leitender Angestellter, ein Abteilungsleiter, whatever. Oder ein freischaffender Consultant oder was auch immer. Oder einfach Produkte habe, die ich sozusagen vermarkte und eine gewisse Marke darstelle im Markt. Ja, die in diesem Satz einfach mal nachdenken, ja, vielleicht, ja, gibt es so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie die erfolgreichsten Menschen, die dieses Planet, dieser Planet je gesehen hat, so denken, ja. Und dafür verabschiede ich mich wieder mit diesen Worten. Bis zum nächsten Mal. Daumen hoch. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Thomas Klein. Bis zum nächsten Mal.